Hallo, hier ist Sarah Schmidt nochmal mit einem letzten Schwangerschaftsvideo. Die 40. Woche ist jetzt angebrochen. In vier Tagen habe ich Termin. Was natürlich nicht heißt, dass das Baby da kommt. Aber die Erwartungen sind hoch. Der Bauch hat sich gesenkt. Wenn man vergleicht mit dem letzten Mal, hängt er doch ein Stück weiter unten. Bibi hat sich jetzt links festgelegt zu liegen. Die letzte Zeit hat es immer mal noch rechts gelegt und links oder rechts oder links. Und jetzt aber seit einer Woche oder so liegt es jetzt wieder stabil links. Die Schwangerschaft war bis zuletzt schön. Ich kann nicht mehr gern. Das ist bei den zwei Arztbesuchen geblieben. Wo ich einmal war, um meine Schilddrüsenwerte zu überprüfen. Und einmal um mir Stützstrümpfe verschreiben zu lassen. Und sonst ging es mir prima. Kann ich nicht meckern. Also ein großes Danke an diesen schönen Körper. Und natürlich bin ich auch echt dankbar für das Wetter. Für den kühlen Sommer, den wir hatten bis jetzt. Und jetzt kommt nochmal der Endspot. Schönes Wetter für die Drausengeburt. Mal gucken, ob das alles so aufgeht, wie ich mir das wünsche. Die letzten Vorbereitungen sind getroffen. Ich habe meine Babysachenkiste ausgeräumt und die Schublade eingeräumt. Natürlich mit kleinen Bodys, kleine Süße, die nie lange passen, weil die erste Größe halt so schnell verwachsen wird. Ein paar Wegwerfbindeln für den Anfang. Die sind ganz praktisch. Solange das mit dem Kindspech noch nicht durch ist. Aber dann nach ein paar Tagen will ich das Baby doch lieber abhalten und in Stoffbindeln haben. Dafür habe ich hier mir solche Überhosen genäht. Da kommt das hier um den Bauch und dann wird das hier so drunter gestopft. Und da fehlt natürlich dann noch die Einlage. Eine schicke, gefaltete, simple Mullwindel. Noch von meiner Mutter. Die stopfe ich da so rein. Und dann kommt da das Pipi rein. Das kacke geht meistens dann in den Topf. Ah, der Topf. Wo ich das Pipi draufhalte. So und damit das auch bei kühlerem Wetter eine einfache Angelegenheit ist, habe ich hier Schlitzstrumpfhosen. Also ich habe mir Strumpfhosen einfach in der Mitte geschlitzt. Dann kann man leichter aufklappen und abhalten. Dann will ich diesmal ausprobieren. Ich habe ja sonst immer diese Wegwerfstilleinlagen. Jetzt habe ich mal schicke Stoffstilleinlagen. Die will ich mal testen. Ich hatte schon mal welche getestet. Die waren aber nicht so gut. Aber die sollen ganz toll sein. Mal gucken, ob sie es auch wirklich sind. Dann habe ich natürlich für die Fortbewegung eine Trage. Die Kinderwagen habe ich auch. Aber ich bin nicht so der Kinderwagenfreund. Vor allem am Anfang. Und hier habe ich eine ehemalige Trage. Darin kann man auch von Anfang an tragen. Das ist nämlich hier mit Tragetuchstoff und dann kann man das verstellen. Tragetücher habe ich auch. Aber das ist so ein Gewickel. Da bin ich inzwischen faul geworden. Aber hier das Ding fand ich beim letzten Kind ganz praktisch. Und das wird es mir diesmal auch wieder tun. Und wir haben einen Gipsbauch gemacht. So wie wir das immer machen. Bei jedem Baby bis jetzt. Ich darf das Werk präsentieren. Gemeinschaftsarbeit mit meinen Kindern. Da ist das schicke Teil. Da machen wir dann zu jedem Geburtstag einen Handabdruck drauf. Ja, sonst. Den Geburtsplatz habe ich auch schon ausgesucht. Vor einer Weile schon. Und getestet, wenn es nachts kommt, wie es ausleuchtet, damit ich schön filmen kann. Und schön filmen will ich nämlich haben. Die Utensilien für die Geburt habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Die liegen bereit. Und der Schlafplatz müsste erweitert werden hier im Familienbett, weil es sonst das Baby nicht reinpasst. Ich zeige euch mal wo wir schlafen. Deswegen sind wir hier nämlich auch im Schlafzimmer. Hier. Hier. Da schlafe ich. Und zur Zeit schläft hier noch der Jüngste. Und die anderen schlafen da. Und da noch keiner ausziehen wollte. Außer die große. Die hat schon ein eigenes Zimmer. Haben wir jetzt hier unten angebaut. Und dann rutscht der Jüngste von hier da rüber. Da passen genau drei hin. Auf die zwei Meter. Oder 1,80 Meter was das ist. Und hier diese 1,20 Matratze. Da bin dann ich und das Baby auf der Seite. Damit sich die großen da nicht drauf rollen können. Ja. So ist der Plan. Und ganz wichtig. Ich habe mir natürlich auch Hilfe fürs Wochenbett organisiert. Meine Mama kommt. Und ein paar andere Leute haben auch gesagt, dass sie mir helfen würden. Mal gucken, wie das dann... Ich bin ganz optimistisch. Ja. So. Dann sonst habe ich denke ich alles vorbereitet. Und das Baby kann kommen. Aber ob es nun in ein paar Tagen kommt. Oder erst eine Woche später. Das haben die anderen Kinder alles schon hingekriegt. Deswegen... Ja. Es wird kommen. Und ich lasse es euch wissen. Bis dahin. Tschüss.